Hallo zusammen. Wir, die Firma Wink Immobilien aus Dogern, müssen Ihnen leider eine traurige Mitteilung machen. Es ist uns nicht leicht gefallen, aber es muss hier und jetzt gesagt werden. Wir haben zurzeit so viele neue Immobilienangebote, dass wir gar nicht mehr nachkommen, alles abzuarbeiten. Bitte noch ein wenig Geduld, bevor wir alle Immobilien online stellen können. Vielen, vielen Dank. Und was das alles für Immobilien sind, zeigen wir euch gleich im Abspann. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.